Den Schimmel-Yoshi und Piss-Yoshi beide rausnehmen und dafür den Schwarzen wieder reintun. Absolut korrekt. Und damit... Willkommen zu der Weltreform G-Maker 8! Mit mir, den Terminus und dem ganzen Schimmel-Squad und heute Special Guest, ein pinker Yoshi. Weißt du, du siehst aus wie so eine Ambulanz, weil du so weiß-rot bist. Ja. Also Tumnus, der stinkt schon ziemlich hart. Ja, aber ich... Lutsch an meinem Katzenschwanze. Lutz, Lutz. Nee, danke. Dank Lutz. Hier, schwer. Ersteck Dank Lutz. Einmal beim Label, die Erste und dann sowas. Keine Sorge, kannst du auch ein bisschen besser. Schon, wenn ich will das... Ich bin doch mal die, die irgendwo am Arsch der Welt hängt. Sagt diejenige, die Erste. Ich kann die Erste. Wow, ich bin am Anfang der ersten Runde Erste. Cheers! Alle Wissen bleibt das bei mir immer so. Oh, oh. Jetzt nicht mehr. Es sei jetzt so eine Gefahr. Schnell ging das. Heco, geht nicht scherben. Hast du tatsächlich... Aber ich merke, alle sind immer ganz freundlich zueinander. Ja, ja, aber es ist ja auch erst die erste Runde. Das wird noch besser. Richtig. Das ist, wenn der erst blauer kommt. Wer hat denn da drei Grüne? Ist das wieder ein NPC? Das ist immer... NPC. Die sind die NPCs immer auf den besten Plätzen. Keine Ahnung. Ich habe drei Bananen bekommen. Hier, hier, hier. Ist nicht absolut okay. Ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass wir Äppchen sofort verkraulen, wenn ein Hunti dabei ist, weil der kann das gut. Das ist... Leute verkraulen. Hunti kann das echt gut. So schnell kriegst du mich nicht verkrault. Ich gehe auch noch auf Smash Events. Hey! Du hast auch noch mit mir Smash gespielt. Alter, die Toleranz ist eigentlich zu hoch. Meine Toleranz, Menschen reden mit dir. Das ist wahr, das machen wenige. Oh ja. Ich zum Beispiel auch nicht, kann nicht werden. Das ist wahr. Ist aber auch ein bisschen dämlich. Oh Mann. Okay. Ah, ich bin schon wieder hinter seinem kleinen NPCs. Hör mal auf mit dem Geballer. Klassiker, mein Camp ist. Könntest du jetzt aufhören mit deiner destruktiven Art Terminas? Ja echt, hey, was soll die Scheiße, dummer Wichser? Ich hab schon, wenn wir bis zum Beispiel vorbeigekommen. Ich hab die Kraft der Freundschaft und Liebe. Ich bringe eure Karten. Und er glaubt an dein Herz der Karten. Richtig. Er bringt uns Liebe, packt ihn! Ich töte ihn. Das will ihn nicht. Das will ihn nicht in meinem Leben. Ich töte Zwerge. Kriegst du auch nicht. Wie war das? 2 Euro, kauf dir was Schönes. Du hast 50 Euro für dich dabei. Wieso schießen die ganze Zeit Leute auf mich? Das finde ich extrem unangenehm. Nee, du bist doch so ein sympathischer Kerl. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich verstehe auch nicht, warum Leute auf Terminas schießen sollten. Ich weiß, ich bin schwarz. Keine Ahnung. Ach, Peko. Ach, Peko. Bist du eigentlich dumm? Wie viele Punkte hat Iggy? Mein Mund war voll. Ja, aber die Frage ist, mit was? Also, das ist einfach immer sehr gut. Okay, das will ich jetzt nehmen. Ja, ja, guck. Hatte ich gestern. War gut? Ja. Hatt ich ja dann auch selber gemacht, nachdem Hundi den ersten angebrannt hat und den zweiten. Wie? Wie kriegt man gleich das? Wie? Beim ersten war er dumm, beim zweiten war er aufs Klo, beim dritten war er wieder dumm und dann hat er aufhören müssen. Ich weiß, als du das Problem war, er hat es umgedreht oder hat es alles rumgespritzt? Wie? Es war zu heiß. Das ist alles. Deswegen war es oben viel zu flüssig. Es war unten schon schwarz und oben noch komplett flüssig. Ach, muss ich jetzt? Sekunde. War einfach zu heiß. Ich habe die wunderschönste Pfannkuchen-Geschichte aller Zeiten. Ich war bei einem Kumpel. Eierkuchen, bitte. Und zwar, nein, sie ist Pfannkuchen. Eierkuchen. Diskutier nicht mit dem Ossi. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal, ihr seid eh kein, ihr sprecht eh kein Deutsch, also von daher werde ich das jetzt nicht weiter diskutieren. Du Huche! Ich mach dich jetzt schon nicht. Du warst viel zu gut in unserer Runde. Hey, ich hoffe, wer will sie nicht... Okay, gut. Red weiter über deinen geilen Pfannkuchen. Du verpiss dich nach ihm. Jedenfalls war ich bei einem Kollegen, es war irgendwie zwei Uhr nachts. Ja, dementsprechend, wir hatten alle so ein bisschen Ziegenmilch und sowas getrunken. Und dann kamen wir auf die Idee, oh wir haben, ja genau, wenn man das so macht, dann bei Leuten fängt. Und jedenfalls kamen wir dann auf die wundervolle Idee, ich hätte das mal Pfannkuchen machen. Wir haben so einen Teig und so gemacht, das lief auch alles gut. Da hatte mein Kollege so eine Wok-Pfanne in der Art und kippt einfach den kompletten Pfannkuchenteig da rein. So funktioniert das. Oh nee! Das frage ich mich bis heute, warum er das getan hat. Das, was dann in der Pfanne war, war auch unten angebrannt und oben noch so. Ja, das sind eben der sieben Schichten, nix. Das ist wie so eine Zwiebel, das ist die Schichten. Ach, nö! Der Typ hat sich bestimmt auch richtig, richtig smart gefühlt, als er es gemacht hat. Ja, genau. Vor allem danach, als mein anderer Kollege, der dabei war und ich daraus versucht haben, noch irgendwie Kaiserschmarrn oder sowas zu machen. Alles abschöpfen? Schöpfe, guck mal, für dich. Ja, genau so haben wir es ungefähr versucht. Ähm, hat leider auch mehr funktioniert. Du hast nicht Feuerheiß! Ja, ach nee, friss Feuer. Nee. Warum hab ich gerade auf Platz 6 liegen, diesen scheiß Torpedo bekommen? Warte, ich schneide dich einfach. Finde ich auch nicht okay. Alter, wie lange hält der denn? Das ist doch scheiße! Aua! Das ist die dritte Runde, nein! Chi, bitte! Ich brauch das. Na! Sei lieb zu mir! Never! Ich hab hier Pilze, ich kann nicht mein Böses sein, wenn ich will! Und ich will! Oh schon! Warum? Du musst aus Ostdeutschland, da muss man nicht schießen. Ähm... Natürlich nicht. Nein, ich! Und sie sind so kacke! Hure! Und jetzt ist Mongo-Packo-Erster! Komm schon, komm schon. Die hole ich noch, die hole ich noch, die hole ich noch, die hole ich noch, die hole ich noch. Ja! Nein! Hallo, bitte! Was? Bullshit! Entschuldigung, ich musste gerade meine Kopfhörer absetzen. Hat irgendwer was Wichtiges gesagt? Ja. Nein, komm. Seid ihr noch da? Ich hör' euch nicht mehr. Marcia hat mich angegeben. Alles gut. Du kannst noch hören? Mein Bein schnitt. Es ist deine erste Runde, Mama Kott bei uns? Seid ihr noch... Nein, nein, nein! Ich hab gemischt. Ja! Vorsprung! Was ist denn da passiert? Was ist denn da? Fliegt weg! Nein! Alle zwei Runden fliegt der Schlechteste raus. Das ist ja doch die Regel. Guck mal, wer ist das denn? Aber er ist... Er ist wieder da, bevor die neue Runde anfängt. Nicht so viel. Andere. Ist er jetzt trotzdem genullt? Wahrscheinlich, oder? Ja, er ist rausgeflogen. Ich hol mir bei ihm was zu trinken. Ja, mal schauen. Oh, oh! Tschüss! Ich krieg keinen Schluck mehr. Ah, guck! Thomas ist kacke! Da fährt er zwei Runde und hat null Punkte. So gut kannst du auch nicht sein. Bin so gut, dass das System wieder zurück ist. Ich hab fünf... Äh, nein, drei. Oh nein, die hab' ich vorhin schon mal gesagt. Hä? Oh nein, das ist so geil. Wieso spielst du den ganzen Tag? Ja, oder? Eigentlich hab ich den ganzen Tag Popo-Munn gespielt. Das muss ich sein. Das ist richtig. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist die YouTube besieg' bei mir Krass sind, Peck und ich. Toch, ich habe den einmal besiegt. Wir haben zweimal besiegt. Der kann ich nur. Wir haben zweimal besiegt. Immer zweimal mehr als du. Ich glaube es war sogar ein spielten. Waren die beide Spiele? Die waren beide Spiele, dann hat sie. Beide Spiele. Ach Mann, der sollte auf Perifiers gehen. Ich möchte einmal ganz kurz das sagen, was sich alle Leute, die auf YouTube zugucken oder auch irgendwas anderes tun, denken, Termina ist halt die Schnauze. Hä? Da war eine Feuerball. Solange ich noch schreien darf, ist alles gut. Beko, kannst du meinen Beko noch? Fuck. Und hier hatte ich auch noch nicht fünfmal einen Hörsturz im Gegensatz zu Termina. Dann habe ich das falsch gemacht. Eigentlich ist es nach einmal taub. Oh oh. Hey Beko. Du Nudelbrot. Ja bitte. Sau. Ich habe genug Pokémon Dinge mit Terminas hinter mir, um Hörstürze gesammelt. Da wäre aber nicht so viel geredet, oder? Oh ich sage nur irgendwelche Draft Streams. Aber da war ich nett. Ja da hast du trotzdem die Hälfte der Zeit rumgeschrieben. Ja sag ich doch nett. Wow, wer kommt denn da von hinten mit dem Bummerang? Hallo. Voll gut. NETZ! Ich bin Pikachu. Ich will ein Pikachu, du Hurensohn! Niemand! Nee, ich hatte nur ein Bumerang! Ja, da hättest du dich aber vorher noch den Roten schießen lassen können! Niemand! 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 Weil ich hab den ersten Pick! Ich will ein Pikachu, du Hurensohn! Ja, kannst du dir haben? Niemand hat's genommen! Halt die Fresse! Nö! Ach, Peko steckt nach Popo-Maschin! Oh komm, man ist runtergebloben! Was ist denn schief? War das lustig? Nein! Okay, gut! Ich hab' nur Spaß! Nächstes Mal fahr' ich TCL, Yoshi! Lalalala! 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 Wer bist du denn, du Huren?! Bist du grade im Flug runtergestürzt? Der hat mich geküsst zärtlich mit so ner Grünen! Und dann durfte ich so langsam auf der Oma-Spur! Haha, ihr seid schwarze! Oho! Auf der Oma! Auf der Oma-Spur! Ach, das ist doch alles schreitig! Oh kacke! Und schon wieder in der dritten Runde, weißt du? Peko stinkt soo hart einfach nur! Und die Pilze! Oh Gott, ich bin fast runtergefallen! Fuck you! Scheißabkürzungen nicht schaffe! Ah, Banane! Fast reingefangen! Wer auch immer diesen grunen Panzer grad nach hinten geschossen hat von euch! Fickt euch! Ich weiß nicht, ich hatte nur scheiß Hurepilze! Ich bin noch runtergefallen, weil ich zu klein war! Ich hab'n wer, wie geht's dir? Wir müssen da jemanden töten! Ja, mach Peko kaputt! Okay! 1, 2, 3! Peko, ist vorbei! Wow! Richtig gut schon! Ich hab' ihn voll gedisst! Ich bin MC Hammerschwer! Warte, wenn du schwer bist, dann bist du aber MC Adipositas! Das ist kein Hammerschwer! Das ist ein Hammerschwer! Oh! 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 Ich mag's nicht, wenn die lächeln, dann bin ich immer traurig! Ich auch! Ich hab' dann einfach nur Angst! Story of my life! Hey, hey! Bye! I'm alive! Ich hab' heute erfahren, dass in der Schweiz Desinfektionsmittel für 500 Euro verkauft wird und trotzdem ausverkauft ist! Wunderbärchen! Warum? Oh no! Ich hab' ne neue... Ich hab' ne neue Geschäftsidee gefunden! Wasser in Flaschen abfüllen und sagen, dass es... Ja, genau so! Genau so! Ich stell' einfach so ne Wasserflasche unter Tumnos, wie der Sabbat-Band in Aufnahmen, ne? Dann... Was er halt so macht... Ja, was ich halt wirklich immer mach, ey! Und was verkauft ich denn als Desinfektionsmittel? Ah, fuck! Ja, bitte? Was ist los? Ich hab's gesehen, das sah sehr skillvoll aus! Banane! Nein! Ich bin so ein Vollhorst! Ja! Ja, stimmt! Ich bin immer zu dummer, auf dem ersten Platz mit Münzen zu nehmen! Huh? Benutzen? Ja, hab' ich nicht! Oh! Schmack! Ne, ich bin bei! Ich weiß! Du bist vor mir, das find' ich nicht in Ordnung! Wobei, schon wenn du auf dem ersten bist und nur die Münze hast, dann müsstest du die behalten bis zum nächsten Item! Weil wenn du die Münze hältst, kannst du nicht auf einen gekommen, normalerweise! Aber es passieren wieder komische Serverdinge! Du hast halt gesehen, Schee, ich wurde ganz klein! Ja, ganz, ganz klein! Ja, ganz, ganz klein! Ja, davor war er ja nur ziemlich sehr klein! Kleines Mikali! Pekko ist bestimmt nicht mal 5 Meter groß wie Kappa! Du hast noch kurz? Echt? Ne, ich bin nur auf 4,99 Meter! Ja! 1,099? Meta Knight ist er, aber nicht aus Brawl! Oh, mein Beileid! Das Meta Knight aus 4,60! Cut Content! Aber Kappa ist Sonic Man, der hat keine Ehre! Wie soll der groß sein? Das ist wahr! Und er hat auf Discord Froggy als Profilfoto! Eigentlich, wie kann den irgendwer mögen? Man hat nur Mitleid mit ihm, weil sein Hund Günther heißt! Der ist Sonic! Günther! Warum hat der mich getroffen und dich nicht? Das finde ich gemein! Sein Hund heißt Günther! Der sollte auch eigentlich für ihn sein! Das ist... Schwertig! Hä? Was denn? Ich habe nicht mal ein Item, ich habe einen Stern! Ja, wir sind hier genauer! Ja, der arme Junge! Zwischen uns ist ein Grüner gekommen! Der hat mich weggebummst und dich nicht! Ja, was kann ich dafür? Du bist nicht nur mit Dreckshoch und das kannst du dafür! Nein! Lass uns mal aneinander glittern! Nein, ich habe mich gewaschen vor einem Monat! Du musst gleich ganz viele Dinge tun, aber Platz 1 der Dinge, die ich tun, muss uns meine Kopfhörer 10% leiser zu stellen! Ich schief gegen C! Ich muss auch ganz viele Dinge tun! Terminers zum Beispiel sagen, dass er ab sofort 10% lauter sein sollte! Was?! Ah! Nicht mich selbst! Oh! Easy! Peco ist hinter uns! Auf jeden Fall hinter mir, aber schon, wer weiß ich es nicht! Nee! Aber guter Dritter schon, ja! Guter Dritter! Hör mal! Wer jetzt so weitergeht, überholt die Ski! Trotz meinem, äh, trotz meinem Fail, das ich raus habe noch! Nein! Ist nämlich vorbei, bäh! Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte vorsichtig verwerten, kommentieren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier, geilen Schnittchen, das war in der Beschreibung, schon wer hat... Verbargermas TCL vorbei! Ja genau, der spielt manchmal Pokémon, manchmal auch nicht! Beschreibung, Beschreibung, ich hab gar nicht... Scheiße, jetzt muss ich die Beschreibung erweitern! Fuck man, erinnere mich dran! Jennifer Ichiach情-Zalwoofer Mach-Barlang Und das bin es insgesamt alguien von deinem activities! Wen haben sie aufren! E時候 geht es gar nichtEINER multiply! Hast du dich!